Die Bundestagswahl war ein großer Erfolg für die Freien Demokraten. Wir sind zurück im Bundestag mit einem fantastischen Ergebnis. Wir werden diese Verantwortung wahrnehmen. Gleichzeitig ist eine Alternative für Deutschland in den Bundestag eingezogen, die für populistische Botschaften bekannt ist. Sie hat damit viele Menschen überzeugt. Unsere Aufgabe muss es sein, in den nächsten Jahren diese Menschen zu überzeugen, dass Demokratie, freiheitliches Denken und Weltoffenheit Werte sind, für die es sich lohnt einzustehen.